Musik Die Menstruationsflüssigkeit besteht aus Blut der Gebärmutter und Teilen der Gebärmutterschleimhaut. Ich habe eine Überraschung für dich. Du magst doch sicher Kaninchenbabys. Ja? Dann komm doch mal heute zu mir. Ich habe welche. Du darfst sie ganz lange streicheln. Okay, bis nachher. Ich freue mich schon auf die Kaninchenbabys. Harry, wie dumm bist du eigentlich? Hey, wenn du mir jetzt einen Vortrag halten willst, von wegen Jungs sollten lieber mit Feuerwehrautos spielen und nicht mit kleinen Kaninchenbabys, dann hast du dich geschnitten. Ich stehe dazu. Ich mag kleine niedliche Puschelige. Harry, das ist ein uralter Trick. Snape will dich nur in den Arsch ficken. Jetzt lenk mal nicht vom Thema ab, ja? Es geht ja einzig um allein um Kaninchenbabys und nicht, ob man mit alten Männern ins Bett steigt. Ist das nicht wahr, Ron? Hä? Arsch ficken? Genau, Arsch ficken und Kaninchenbabys. Hast du es jetzt kapiert? Äh, ne. Ich auch nicht. Oh nein, Krieg, komm wieder! Hä? Was ist das für ein Ding? Ein Dildo? Die Verpackung sieht aus wie ein Besen. Ich frag mich echt, was da drin ist. Bestimmt eine übergroße Klobürste. Da ist bestimmt ein Dildo drin. Nein, eine Klobürste. Nein, ein Dildo. Aber mit Sicherheit ist es kein Besen. Das war ja echt zu offensichtlich. Wow, in dem Paket, das aussah wie ein Besen, war ein Besen. Das ist nicht irgendein Besen, Harry. Das ist ein Nimbus 200. 2000, du Down-Syndrom. Wer schickt mir denn sowas? Ich glaub, McGonagall. Noch ne alte Person, mit der du ins Bett steigen kannst. Geil. Heiho, heiho, wir sind von Heath and Paul. Heiho, 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 heiho. Was mach ich hier überhaupt? Hi, Harry. Hallo, Wood. Falls du dich interessiert, Wood Superdupe Show. Wurde abgesetzt. Was? Abgesetzt? Jetzt gibt es keine Quidditch-Spielle mehr. Und auch keine Porzellanpuppen. Und keine Glitzer-Bastelfolie. Die mochte ich am liebsten. Ja, das tut mir echt leid. Wir lieben dich, großen Wege. Häh. Heiho, heiho, heiho! Ich fühle mich so wie wie Blockbecker auf Kartoffelbrei. Nur, dass ich kein Mädchen bin und mein Besen nicht so'n bescheuerten Namen hat. Scheiße ist das tief. Wie gut, dass ich keine Höhenangst hab. Das wär echt peinlich. Guten Tag Kinder, Amanda, da wollen wir mal sehen, was ihr in meinem Unterricht gelernt habt, ihr Lucien. Hey Harry, catch me now, ich bin der Spaß und du bist hässlich. Camps bis zum Tod. Applaus Hello, bis zu dir! Hallo! Oh ja, jetzt bin ich mal her! Oh ja, oh ja! 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 Scheiße! Ich wünschte, jemand hätte mir erklärt, wie das Spiel überhaupt geht. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Oh ja, oh ja! Oh ja, oh ja! Was macht Harry denn da? Keine Ahnung, aber es sieht echt bescheuert aus. Ja! Hermine, guckst du Snape an? Ja, ich muss unbedingt zu ihm rüberlaufen. Du meinst, er verhext Harrys Besen und du willst ihn jetzt aufhalten? Ja, 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 genau deswegen. Oh mein Gott, wie ist es schlecht! Harry hat mich angekotzt! Sorry! Ach du meine Scheiße! Vielleicht fällt er mir in die Arme. Wow, ich bin in 10 Sekunden übers Quidditchfeld gelaufen. Hilfe! Oh ja, ich mag es, wenn er schreit. So Leute Schwuchtel, jetzt mach ich dich heiß! Ene mene dicker Schwanz trifft gleich auf den Feuerkranz. Und wer keine Gleitkran kennt, der weiß, dass es brennt! Irgendwie riecht es dir nach Backfisch. Oh mein Gott, sie brennen! Oh mein Gott, sie brennen! Oh mein Gott, sie brennen! Oh mein schöner Mantel! Oh nein, oh nein, mein Mantel! Oh nein, oh nein, mein Mantel! Oh nein, oh nein, mein Mantel! Okay, jetzt! Ha! Jetzt will ich mir den Schnatz! Yeah! Harry, vor! Noch ein Tor! Mach Platz, du Kotzau! Ich hab in der Kurze 10 Kilo abgenommen! Äh! Ma, wie du aussiehst, wirst du bestimmt auch dafür, dass die Pottwale beschützt werden, ne? Lass mich immer rüber! Bitte! Komm! Weißt du, eigentlich bist du gar nicht fett. Aber das Grün, das trägt auf! Was? Oh mein Gott! Ich muss mich sofort anziehen! Ah! Dummer Idiot! So Schnatz, jetzt krieg ich dich! Aber zuerst... Surfen! I'll pay you sign on sign! Everybody's gone surfen! Surfen you everything! Hä? Was hat Harry für Probleme? Hm, sieht aus, als müsste er kotzen! Bäh, war das eklig in deinem Mund? Wann hast du dir das letzte Mal die Sehne geputzt? Ja! Gryffindor gewöhnt! Ja! 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 Ha! Ich hab den Schnatz! Ich hab den Schnaps. Ich hab den Schnaps. Ich hab den Schnaps. Halt die Schnaps weg. Weichschnaps. Ich hab den Schnaps.